Warum mit dem Bagger? Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger. Jetzt backert den Bodo durch den Superbad. Es liegen Dosen, Gemüse und Quag. Der Inhaber schreit, hey, was soll denn der Quatsch? Und Bodo sagt, ich mach so gerne Baggerpatsch. Denn der Bagger, das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger. Ja, der Bagger da so steht noch am Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Baggerloch. Gegen Abend kommt Bodo bei der Disco an. Er hat mal gehört, dass man da backern kann. Er nimmt ein Girl auf die Schoffel und sein Freund hat den Film. Ja, Bodo ist ein TV-Vendortyp. Denn der Bagger da so steht noch am Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Baggerloch. Ja, wer bachert, also spielt noch ein Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und den Bagger noch, aber das kommt! Bagger, 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 Baggerloch. Und alle dickseyden Bagger, 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 Baggerloch. Von plogen wie mal einen Loch oder ist der Haus so groß? Dann rufen sie Bodo und schon geht es los. Er baggert, er weiß, und er baggert mit ihm. Da wo Bodo baggert, da geht nie was schief. Denn der Bagger, da so steht noch ein Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Baggerloch. Ja, der Bagger, da so steht noch ein Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Baggerloch. Mittlerweile trägt er den goldenen Bagger ab an. Bodo ist der beste Baggerfahrer im Land. Denn die Amis haben ihn schon Bodo bestellt. Ja, Bodo, der baggert jetzt rund um die Welt. Denn wer baggert, da so steht noch ein Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Baggerloch. Ja, wer baggert, da so steht noch ein Baggerloch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Baggerloch. Genug gebaggert! Das ist Bodo mit dem Baggerloch. 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 Vielen Dank.